Sie kamen aus Odessa, Warschau oder Kassel. Ihr Weg führte nach New York, Buenos Aires, Kalifornien. Millionen Menschen brachen um das Jahr 1900 vom europäischen Kontinent in die neue Welt auf. Gut die Hälfte der Auswanderer waren Frauen. Ihre Hoffnungen wurden jedoch oftmals bitter enttäuscht. Denn statt als Dienstmarkt, Barmädchen oder Schauspielerin in der Fremde ihren Lebensunterhalt verdienen zu können, landeten Zehntausende von ihnen im Bordell. Eine gemeinsame Ausstellung des Auswandererhauses Bremerhaven mit dem Berliner Zentrum Judaicum nimmt sich nun dieser weitgehend vergessenen Geschichte an. Ich glaube, das unterscheidet sich nicht so wahnsinnig von den Verhältnissen heutzutage. Wenn man eben eigentlich keine andere Chance hat oder vielleicht auch für sein eigenes Leben gar keinen Ausweg sieht, ist man sicherlich sehr gerne bereit, daran zu glauben, dass man irgendwo vielleicht irgendetwas Besseres findet. Dann ist man vielleicht auch sehr gerne bereit, völlig unrealistischen Versprechungen zu glauben. Sagt Ausstellungskuratorin Irene Stratenwert. Bremerhaven war seinerzeit der kontinentaleuropäische Auswandererhafen schlechthin. Ein riesiger Umschlagplatz, Schleuse für mehr als sieben Millionen Menschen. Die dortige Ausstellung richtet ihr Augenmerk auf das Schicksal der Mädchen und jungen Frauen in Übersee. In der Berliner Ausstellung fällt der Blick auf Prostitution und Mädchenhandel in Osteuropa. Getragen von der Hoffnung auf ein besseres Leben verließen bis 1930 auch vier Millionen Juden Osteuropa. Für Hermann Siemann, den Direktor des Zentrum Judaicums, war die jüdische Städtelwelt alles andere als eine Postkartenidylle. Wer sie verlassen konnte, klammerte sich an einen dünnen Strohhalm. Die Hoffnung, aus seinem jämmerlichen Leben irgendwas machen zu können. Denn die Bedingungen, unter denen diese Menschen da lebten, Frauen wie Männer, waren schrecklich. Waren einfach schrecklich und für die Frauen noch schrecklicher. Die hatten ja gar keine Chance, dem irgendwie zu entfliehen. Und bitterarm. Wir machen uns da keine Vorstellung, wie arm diese Menschen waren. Im zaristischen Russland blühte der Mädchenhandel. Prostituierte mussten dort ihr Personaldokument gegen einen gelben Schein eintauschen. Der ihr weiteres Leben stark reglementierte. Mindestens, ich glaube zweimal in der Woche, mussten diese Frauen sich einer Untersuchung unterziehen. Das ist alles genau geregelt. Das steht auch teilweise in diesen gelben Scheinen drin, wie die sich zu verhalten haben. Und dann wurde eben gestempelt, ist gesund oder kann nicht im Augenblick. Für manche jüdische Frauen jedoch eröffnete dieser gelbe Schein auch eine ganz unerwartete Chance. Da die russischen Juden auf Ansiedlungsreihungs festgelegt waren und den Frauen der Weg in eine Großstadt vollkommen verschlossen war, war dieser gelbe Schein, der sozusagen für uns hier zum Symbol der Unterdrückung dieser Frauen steht, die einzige Möglichkeit, diesem schrecklichen Dasein zu entfliehen und sich nach Moskau oder St. Petersburg zu retten. Bei einer riesigen Anzahl männlicher Arbeitsmigranten war die Prostitution vielerorts nicht nur geduldet, sondern regelrecht erwünscht. Hin und wieder nahm sich ein Komitee der Frauen an. Ihre Lage blieb jedoch prekär. Ob die Mädchen und jungen Frauen in einem Bordell in Istanbul, St. Petersburg oder Rio de Janeiro strandeten, am Anfang ihrer Odyssee stand nicht selten ein Glücksversprechen. Ausstellungskuratorin Irene Stratenwert Es ist eben in der Regel schon so, dass die Mittel, um loszuziehen, von irgendjemandem bereitgestellt wurden. Von Männern, die Stellen versprochen haben oder die versprochen haben, da drüben irgendwo in Buenos Aires oder New York ist jemand, der euch heiraten wird. Also die Reise wurde in der Regel vorfinanziert und das hat natürlich die Frauen auch in die Lage gebracht, eigentlich dort anzukommen und verschuldet zu sein und dann eben schon mal in der ersten Zwangslage zu sein, in der nicht mehr so leicht zu entkommen war. Es hat es sicherlich auch gegeben, dass Heiratsvermittler über die Lande gezogen sind, mit Eheversprechungen, mit teilweise schon ausgefüllten Eheverträgen und Mädchen angeworben haben. Die vielfältigen Wege dieser Mädchen und Frauen lassen sich heute nur mühsam rekonstruieren. Briefe, Tagebuchnotizen, amtliche Dokumente, die Ausstellungsmacher haben Material aus der ganzen Welt zusammengetragen. Exemplarisch werden Einzelschicksale gezeigt. Gerade für jüdische Frauen, die meist aus einer religiös-orthodoxen Welt kamen, war es kaum möglich, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Sie galten in ihren Familien als unrein, als gefallene Mädchen. Teilweise wurden sie noch auf separaten Friedhöfen bestattet. Zum Schweigen führte nicht zuletzt auch die Furcht vor antisemitischen Ressentiments. Und doch, so Hermann Simon, hätten viele Auswandererinnen ihre jüdische Identität bewahrt. Eine damals wie heute viel diskutierte Frage ist, inwieweit der Weg in die Prostitution freiwillig erfolgte. Irene Stratenwert. Freiwillig ist ein Wort, was in der Existenz dieser Mädchen und Frauen eigentlich nicht vorgekommen ist. Freiwillig sind sie auch nicht verheiratet worden. Freiwillig haben sie auch nicht unbedingt acht Kinder bekommen. Sie konnten sich nicht entscheiden, ob sie Bildung wahrnehmen, ob sie einen eigenen beruflichen Weg gehen oder in die Ehe gehen. Und natürlich sind sie nicht freiwillig in die Prostitution gegangen. Aber das muss man sich nicht unbedingt so vorstellen, dass sie jetzt in Ketten gelegt worden sind, sondern sie haben unter den sehr, sehr wenigen Möglichkeiten, die sie überhaupt hatten, ihre Existenz zu fristen, irgendeine Möglichkeit gesucht und gefunden. Aber Freiwilligkeit setzt ja überhaupt voraus, dass man sein Leben gestalten kann. Das konnten die nicht. Untertitelung des Z такая